Als frischgebackene Mama ist Yoga der ideale Sport für dich und für dein Baby. Spezifische Yoga-Übungen, auch Asanas genannt, unterstützen nicht nur die Rückbildung, sondern sind auch eine echte Wohltat für Seele und Geist. Bewegung ist für frischgebackene Mütter enorm wichtig. In Mama-Baby-Yoga werden klassische Asanas so abgewandelt, dass sie die Bedürfnisse junger Mütter optimal berücksichtigen. Vor allem geht es darum, dir wieder Kraft und Stabilität zu geben und deine Muskeln sanft aufzubauen. Besonders Beckenboden, Bauch, Nacken und der Schulterbereich werden trainiert. Du hast mit Müdigkeit, Schlafstörungen, innerer Unruhe und Rückenschmerzen zu kämpfen und fühlst dich häufig körperlich sowie mental erschöpft? Regelmäßiges Yoga kann vielerlei Nachwirkungen von Schwangerschaft und Geburt lindern und dir dabei helfen, wieder ein gutes Körpergefühl zu entwickeln. Die Entspannungsübungen und Atemtechniken, die du während deiner Yogastunde praktizierst, werden dir helfen, auch in noch so turbulenten Zeiten ganz in deiner Mitte zu bleiben. Gleichzeitig ist Mama-Baby-Yoga die optimale Zeit, um mal den Kopf frei zu bekommen. Quasi dein Mini-Urlaub vom Alltag. Halbe Kniebeugen, bei denen du dein Baby an deinem Oberkörper vor dir hältst, sind nicht nur ein super Oberschenkeltraining für dich, sondern auch ein Heidenspaß für deinen Sprössling. Je nach Alter werden die Babys entweder direkt mit einbezogen oder sie liegen auf der Yogamatte. Selbstverständlich ist doch Stillen und Wickeln während der Yogastunde kein Problem. Mit abwechslungsreichen Posen wird dein Baby als Yoga-Partner in dein Training mit einbezogen. So lässt sich die Mutter-Kind-Bindung spielerisch und mit viel Liebe und Leichtigkeit festigen. Der regelmäßige Austausch mit Gleichgesinnten ist für junge Mamas sehr wichtig. Die wöchentliche Yogastunde ist für viele frischgebackene Mamas eine gute Gelegenheit, aus der oft mit der Babyzeit verbundenen Isolation herauszukommen, mit anderen Müttern wertvolle Momente zu genießen und sich auszutauschen. Na dann, nichts wie rauf auf die Matte! Die wöchentliche Yogamatte